Fein. So, wir gucken in unser Bayern-Bild des Tages. Und das kommt heute von Tobias Karlein aus Wargoishausen. Das ist in Unterfranken im Landkreis Rhön-Grabfeld. Und der See, den Sie hier sehen, das ist der Strütsee bei Saal an der Saale in Unterfranken. Als kleiner Junge war Tobias dort immer Schlittschuhlaufen. Und hier hat er den See aus seinen Kindertagen im Mondlicht fotografiert. Er schreibt uns, die Wolkendecke ist kurz aufgerissen. Und dann ist dieses geheimnisvolle Bild mit dem tollen Licht entstanden. Also wirklich eine beeindruckende, mystische Stimmung. Vielen Dank, Tobias. Und wenn Sie noch mehr schöne Bilder sehen wollen aus Bayern, folgen Sie uns auf Instagram. Und wenn Sie online sind, abonnieren Sie gleich auch unsere Schmankerl-Post. Die kommt jeden Freitagabend zu Ihnen ins Postfach. Da finden Sie auch das Rezept vom Alex, das wir heute gekocht haben. Hier geht es jetzt weiter mit Abendschau der Süden. Andrea Otto begrüßt Sie. Charlie Hilbert ist in Nürnberg, in der Frankenschau aktuell. Dreimal 10.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch.